Natürlich sind viele von uns auch in Krypto, um damit Geld zu verdienen und idealerweise richtig viel. Kann man das? Ja, vor allen Dingen mit Altcoins konnte man in der Vergangenheit massiv Geld verdienen, natürlich mit Bitcoin auch, aber die Schritte bei Bitcoin werden relativ gesehen kleiner, deshalb ist die Möglichkeit aus ganz wenig ganz viel zu machen, damit wirklich reich zu werden, bei Altcoins natürlich größer. Wir wollen uns in diesem Video mal angucken, welche Faktoren unterstützen das und an welche Regeln müsste man sich vielleicht halten, um so einen Erfolg zu erzielen, auch wenn er natürlich nicht garantiert ist. Wenn ihr Interesse daran habt, in Altcoins zu investieren, dann bleibt auf jeden Fall dran und guckt euch das durch, denn ich werde euch ein paar Dinge mitgeben, die ich selber erlebt habe und die Regeln, die ich anwende, um aus meinen Altcoin Investments das Maximale rauszuholen. Herzlich willkommen bei Hallo Krypto, hier mit einer weiteren Ausgabe zum Thema Investieren in Altcoins und Kryptos und diesmal sind wir mit einer Frage unterwegs, die natürlich viele von uns bewegt, nämlich kann man mit Altcoins reich werden? Vielleicht mal ganz vorneweg sofort. Das erste ist, dass hier ist keine Anlageberatung. Was ich euch erzähle, sind eher eigene Regeln von mir. Ihr könnt überlegen, ob ihr die für euch anwenden wollt. Und das zweite ist natürlich, reich ist relativ. Deshalb wollen wir natürlich gucken, was bedeutet reich? Auf jeden Fall kann das für den einen bedeuten, dass man sich, keine Ahnung, ein schönes Auto kauft, eine fette Reise macht und für den anderen sagt, ich muss nie wieder arbeiten, habe ausgesorgt, wie auch immer. Ist alles relativ, aber wir wollen uns einfach mal angucken, was ist möglich. Und dafür habe ich ein paar Regeln aufgestellt, die helfen können, Altcoin Investments besonders erfolgreich zu machen. Let's go! Regel 1. Frühzeitig positionieren. Das klingt jetzt natürlich erstmal ziemlich simpel, aber es hat einen absolut wichtigen Charakter und es ist gar nicht so einfach, weil viele kommen erst dann, wenn wieder groß drüber geredet wird, wenn halt alles in den Medien ist, wenn die Titelseiten der Bild-Zeitung schreiben Bitcoin to the Moon, dann ist es in der Regel zu spät. Dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was rausquetschen, aber die meisten, die dann kommen, verlieren. Deshalb, wir müssen früh kommen. Und ich zeige euch das mal im konkreten Beispiel, was das meint. Das hier ist der Chart von Polygon Matic und zwar im Jahr 2021. Das war ganz am Anfang des letzten Bullruns und da gab es Matic für hier zum Beispiel Februar für 3 Cent. Wer dort reingegangen ist, konnte, einfach um nochmal zu zeigen, dass das möglich ist, konnte, wenn man das gehalten hat, nicht bis ganz zur Spitze, aber in die Nähe des Hops, konnte man hier bei etwa 2 Euro verkauft, einen Gewinn von 6.000 Prozent einfahren. Von 3 Cent auf 2 Euro. Das ist schon gewaltig. Würde bedeuten, für 1.500 investierte Euro hätte man 100.000 gemacht und für 7.500 investierte Euro eine halbe Million. Ich glaube, da kann man denn schon von reich sprechen, zumindest im unteren Fall. Aber das ist auch nur illustriert, wie wichtig und wie wirksam es ist, wenn man früh dabei ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist denn früh? Wann ist denn das? Wann weiß ich denn, dass so ein guter Move ist? Ja, ganz so simpel ist es natürlich nicht, weil den Chart, hinterher erkennt man ihn, dann ist es immer einfach. Aber vorne rausgucken, vorausschauend handeln ist wichtig. Und dafür wollen wir aber gucken, es gibt so ein paar Hilfsmittel. Zum Beispiel, schaut mal hier, das hier ist ein gutes Hilfsmittel. Das hier ist der Indikator, der euch zeigt, ob Bitcoin oder Altcoin-Season ist. Und zwar auf die ganz lange Sicht, seit es den gibt. Und da sieht man gerade, Bitcoin ist jetzt bei 14. Das heißt, es ist absolut auf Bitcoin gesetzt. Und was war im Jahr 21 und 22? Da war Altcoin-Jahr. Da war der Altcoin-Index bei fast 90 in der Spitze sogar mal. Das heißt, da sind die Altcoins sehr teuer. Jetzt sind die Altcoins aber günstig. Und das ist so ein Punkt, wo man dann natürlich auch sich überlegen muss, jetzt muss man sich positionieren. Das heißt aber nicht, dass man jetzt wahllos irgendwelche Shitcoins kaufen sollte, sondern nur generell erstmal, der Moment grundsätzlich ist günstiger, jetzt in dieser Phase in Altcoins zu investieren, als später, wenn sie schon stark gelaufen sind. Ja, das ist so ein bisschen allgemeines Maß im Verhältnis auch zu Bitcoin. Gucken wir einfach weiter. Die zweite Regel ist natürlich bei der Auswahl, setzt auf das richtige Narrativ. Was ist ein richtiges Narrativ? Das muss man im großen Zusammenhang sehen. Und auch hier wollen wir nochmal auf das Beispiel eingehen. Polygon hatte ein perfektes Narrativ damals. Warum ist dieser Coin so abgegangen? Weil, um hier mal zu gucken, Anfang der Krypto-Layer-1s, Ethereum insbesondere, war Ethereum natürlich ein Brüller. Aber schnell hat man gemerkt, Ethereum wird teuer, ist langsam, kann nicht so gut skalieren. Also waren Layer-2 gefragt. Gut, für die alle, die es ganz genau nehmen, okay, Polygon ist kein Layer-2, ist eher eine Side-Chain. Aber es erfüllt das gleiche Prinzip, nämlich es macht Ethereum skalierbar, günstig und konnte viele Transaktionen abwickeln. Und der Bedarf war da. Den Punkt, den ich hier eingeblendet habe, Anfang Februar, wieder der damalige Investitionszeitpunkt zum Beispiel, der wäre clever gewesen. Weil man sieht, da geht eine Entwicklung los. Da wurde schon ein bisschen etwas über diese Skalierungslösungen aufgesetzt. Und man sieht, Ethereum hatte das Problem. Das Narrativ hat also eine Lösung geboten für ein bestehendes Problem. Und das ist wichtig, dass man sich überlegt, was wird denn gebraucht? Ja, und daher könnt ihr euch folgende Fragen stellen für die Zukunft. Weil wir haben ja jetzt ein Beispiel aus der Vergangenheit genommen, aber wir wollen ja vorausschauen in die Zukunft. Was ist wichtig? Ist das Narrativ in Kommen? Also wird es ein Need geben? Das ist immer das Wichtigste. Oder ist es eine Mode? Ja, ein Beispiel würde ich mal sagen, wenn ihr jetzt guckt, für die Zukunft wahrscheinlich Narrative, die ganz gut funktionieren werden. Ja, da machen wir aber nochmal ein eigenes Video zu. Aber so AI zum Beispiel ist ein großes Thema. Aber auch Storage Coins zum Beispiel ist ein Decentralized Storage, großes Thema. Andererseits glaube ich, dass zum Beispiel NFT-Märkte nicht mehr so spannend sind. Die werden auch im nächsten Bullenmarkt steigen, bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass man da die riesen Moves hat, weil die Mode ist durch. Es gibt auch mittlerweile zu viele, die, glaube ich, nicht mehr so viel Schwung aufbauen können, als wenn du jetzt einen Starter hast, der sofort ein Thema bedient. Also das ist wichtig. Guck auch, welcher Coin, welcher Token bespielt dieses Narrativ wirklich gut. Das hat deshalb mein Beispiel Polygon damals exakt gemacht. Das war super. Sie waren auch die Ersten, die das konnten. Heute gibt es ja auch andere richtige Layer 2 für Ethereum, so das Stichwort Optimism oder Arbitrum. Aber die gab es damals noch nicht. Und deshalb, der Erste hat meistens diesen First-Mover-Vorteil. Wenn du den erkennst, ist es gut. Und natürlich ist es ein älteres Narrativ, wird es weiter relevant sein. Also diese Fragen musst du dir auf jeden Fall stellen, weil sonst, du kannst dich einfach wahllos irgendwelche Coins kaufen und dann hoffen. Ja, das ist etwas, was wir brauchen. So, das sind so ein bisschen die Basics natürlich, dass man früh dabei ist, dass man ein gutes Narrativ aussucht. Aber es gibt noch weitere Punkte, über die ich mit euch sprechen will. Und natürlich ist ein wichtiger Punkt auch, welches Potenzial bringt so etwas mit. Nicht nur vom Narrativ, sondern auch von der Größe, vom Wachstum her. Und deshalb ist die dritte Regel, die ich hier mit reinwerfen möchte, das Wachstumspotenzial von einem potenziellen Coin. Und das kann man wieder sehr gut sehen. Auch hier nehmen wir das Beispiel von Matic her, weil wir sind ja an dem die ganze Zeit dran. Und können mal schauen, wie ist es mit der Market-Kapitalisierung. Hätte man zu dem Zeitpunkt gekauft, damals war der Market-Cap bei 152 Millionen Dollar, das ist ziemlich klein. Etwas später, da stand der Coin ungefähr bei einem Euro-Roundabout, da hatten wir schon fast sieben Milliarden Market-Cap. Klar, du warst immer noch nicht auf der Spitze, da war die Market-Cap nämlich bei 16,6 Milliarden. Es gab dann schon nochmal nach oben Luft, aber die großen Schritte machst du nicht mehr. Und wenn du jetzt, wir haben ja gesagt, wir wollen mal gucken, kann man reich werden damit? Das schaffst du nur, wenn du wirklich ein halbwegs kleines Projekt nimmst. Aber Achtung, es sollten nicht Mini-Projekte sein, also wenn die jetzt 10 Millionen Market-Cap haben, sind das absolute Mega-Lotto-Scheine. Es kann gut sein, dass die nie entdeckt werden und völlig verschwinden. Also würde ich sagen, eine gute Range ist erfahrungsgemäß so zwischen 100 und 400 Millionen Market-Cap. So in dieser Größe, wenn sich diese Coins dabei, natürlich über vorausgesetzt die anderen Dinge greifen auch. Das ist interessant. Da würde ich sagen, kann man angreifen. Unsere vierte Regel ist, die heiße Phase mitzunehmen. Das heißt, einfach wirklich dabei zu sein, wenn es wirklich spannend wird, wenn die großen Anstiege kommen. Weil wir wissen eins im Cryptospace, wir haben den ewigen Rollercoaster. Das ist so, das kennen alle, die in Krypto länger dabei sind. Es geht auf und ab und natürlich muss man sich manchmal auch sagen, will ich mich verrückt machen lassen? Sollte man nicht. Weil das Beste ist, wenn du als Investor handelst. Und Achtung nochmal, keine Finanzberatung. Macht euren eigenen Research, trefft eure eigenen Entscheidungen. Aber für mich gilt einfach diese Regel, die habe ich mir mal angewöhnt. Ja, der gute Investor, der verdient sein Geld eigentlich durch nichts tun. Ja, also findet euren inneren Buddha, setzt euch hin, wählt eure guten Projekte aus und wartet. Weil der richtige Moment wird kommen. Der kommt aber nicht, wenn der Coin mal kurz hochzuckt und manche Coins machen. Vielleicht auch ein Verdoppler oder Verdreifacher in kurzer Zeit. Das sieht gut aus, aber die gehen genauso schnell wieder runter. Und wenn du dann raus bist, bist du halt raus und dann machst du halt nicht das große Geld. Das muss man einfach sagen. Deshalb, es gibt aber etwas, was man als Hilfsmittel nehmen kann. Man kann nämlich gucken, in den Bullenmärkten hat man so einen gewissen Money Flow. Und der sieht eigentlich immer so aus. Geld kommt aus Fiat, geht in Bitcoin und dann in Ethereum. Diese beiden Coins laufen zuerst. Vor allen Dingen Bitcoin zuerst und dann Ethereum. Nach Ethereum kommen dann die großen Altcoins und irgendwann die kleinen. Und schließlich gehen die cleveren Leute aus den kleinen Altcoins wieder zurück in Bitcoin, in Stables oder in Fiat oder kaufen sich davon Immobilien oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, diesen Money Flow musst du beachten und musst warten, bis die kleinen Altcoins wo eigentlich dran sind. Weil dann zieht es. Dann gibt es den großen Run und da werden dann diese extremen Anstiege auch meistens rausgeholt. Das sind aber relativ kurze Phasen nur. Und es ist clever, die abzuwarten. Vor allen Dingen im Bullenmarkt kann man sagen, es ist unwahrscheinlich, dass kleine Altcoins in einer großen Masse steigen, bevor Ethereum gestiegen ist zum Beispiel. Wird eher nicht passieren. Es gibt immer Ausnahmen. Es kann immer einen Hype geben um einen einzelnen Coin. Ein Beispiel, was wir jetzt auch hatten Anfang des Jahres, waren zum Beispiel die AI-Coins. Da sind Coins, die das eine relativ bespielt haben, relativ gut angestiegen, haben inzwischen auch wieder viel abgegeben. Die werden bestimmt wiederkommen, aber wartet ab, kennt den Cycle. Das ist eine Sache, die wichtig ist. Letzter Punkt, letzte Regel, die ich euch mitgeben möchte, ist eine, die natürlich auch wichtig ist, weil wir müssen wissen, wann müssen wir rausgehen. Und da kann ich euch auch ein Beispiel da zeigen aus eigener schmerzhafter Erfahrung, wo ich zum Beispiel 2021 einen großen Fehler gemacht habe. Ich habe Axie Infinity gekauft gehabt. Seht ihr hier ungefähr den Kurs. Ich meine exakter Kaufkurs, aber roundabout. Und was ist passiert? Der Coin ist ein bisschen gestiegen. Ich habe mich darüber gefreut und habe ihn dann komplett verkauft. Schöne Verdopplung, Dankeschön. Aber das ist im Grunde Taschengeld gewesen, wenn man sieht, was danach kam. Deshalb, in dem Moment habe ich mir angewöhnt, die goldene Regel, bei einer Verdopplung, nimm nur deinen Einsatz raus, verkaufe aber nicht den ganzen Coin. Ja, da habe ich einfach nicht nachgedacht. Das ist einfach so ein Thema. Wenn man den Einsatz rausnimmt, ja, wie geil ist denn das? Ja, du hast einen Freiläufer. Du spielst mit dem Geld der Bank. Ja, das ist so ein bisschen das, was man an der Stelle sagen kann. Und dann kann man weitergehen und sagen, okay, bei weiteren Anstiegen, also es ist meine eigene Regel, wie gesagt, macht für euch eigene Entwürfe. Das ist nur mein Ansatz. Sagen, wenn ich einen Einsatz rausgenommen habe, dann hast du wirklich einen gut laufenden Coin. Bei 5x ein Teil raus, 20%, bei 10x 20% raus und du kannst dann immer noch den Rest dynamisch rausnehmen. Kannst dir noch andere Zielmarken setzen. Bei Axie Infinity, um hier das Beispiel wiederzunehmen, war es natürlich ganz schwer, wirklich diese Zielmarke anzunehmen. Über 100 Euro, das hatte keiner erwartet. Aber es gibt eben solche verrückten Moves und es ist nicht schlecht, wenn man am Ende noch 10, 20% von dem, was man ursprünglich mal investiert hatte, drin hat. Weil dann nimmst du wirklich den Move bis ganz oben mit oder bis relativ weit oben. Und das passiert nicht, wenn du zu viel zu früh verkaufst. Aber du musst natürlich verkaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich noch eine Bonusregel für euch, weil ihr so schön lange dran geblieben seid. Und wenn euch das gefällt übrigens, gebt dem Kanal mal ein Like und lasst auch gerne ein Abo da, denn wir bringen hier immer wieder interessante Videos über Krypto, über Bitcoin, über Altcoins. So und jetzt die Bonusregel, Risikomanagement. Ganz, ganz, ganz wichtig, weil nochmal, man kann nicht einfach irgendeinen Shitcoin kaufen und glauben, alles steigt. Ja, im Bullenmarkt steigt tatsächlich alles, aber es gibt große Enttäuschungen. Hier ein Beispiel, OneChain war ein Riesenbrüller im Bullenmarkt Ende 2017, Anfang 2018, wie ihr hier am Chart seht, ganz links. Und danach, ja, das war relativ überschaubar. Da ist ja von, ja, 28 Cent auf in der Spitze zwei Euro. Klar kann man sagen, ist ja auch, ist ja irgendwie ein 8x oder so. Aber dann hättest du jetzt auch das Tiefen und das Absolut hoch treffen müssen, sehr unwahrscheinlich. Also du hast wahrscheinlich mit dem Coin, vielleicht hast du ein 3, 4x gemacht. Ist nett, ist nett, aber ist nicht das, was wir hier gerade verfolgen. Damit wirst du nicht den großen Move machen. Damit wirst du nicht reich. Deshalb guck dir genau an, was du kaufst und Fragen zum Risikomanagement sind nicht nur, welchen Coin natürlich, haben wir vorhin schon gehabt mit dem Narrativ, sondern auch, kannst du im Zweifel auch einen Totalverlust mit dem Projekt ertragen. Also nimm nur Geld, was du auch verlieren kannst mit solchen Projekten. Ja, hab immer ein ordentliches Päckchen an Bitcoin und Ethereum. Das sind die in Anführungszeichen Safe Bets, die sicheren Spiele im Kryptomarkt, wenn man davon hier reden kann. Die auf jeden Fall natürlich auch wahrscheinlich weniger krasses Upside haben, die aber am Ende dein Geld nicht verlieren. Weil es gibt immer wieder Coins, die machen einen guten Move und dann krepieren sie einfach. Ja, also DeFi-Projekte wurden gehackt, zusammengebrochen. Ja, denkt an Terra Luna, berühmtestes Beispiel, haben ganz viele Leute ganz viel Geld verloren. Also es kann passieren. Deshalb überleg dir genau, wie viele Lottoscheine du überhaupt nur anlegst. Ja, kleine Krypto-Projekte, wo du auf diesen großen Move hoffst. Und vor allen Dingen mach wenige, weil du musst dranbleiben. Ja, also watch your back. Ja, das ist immer wichtig. Du musst wissen, was passiert mit deinem Projekt. Nicht nur die Charts, sondern auch die anderen Entwicklungen drumherum. Und das kannst du einfach nicht mehr leisten, wenn du 25 verschiedene kleine Shitcoins gekauft hast. Also, das vielleicht nochmal als Inspiration und Hilfe für euch aus meiner Sicht. Und ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen und bringt euch ein bisschen weiter. Einiges kanntet ihr vielleicht schon, einiges ist vielleicht neu. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was euch von diesen Regeln inspiriert oder welche ihr auch unwichtig findet. Oder welche ihr für euch selber anlegt. Und ansonsten, ja, tradet immer safe und bleibt bitte der Blockchain traur. Bis nächste Mal. Bis nächstes 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 Mal.